Die Geisterfahrt des Horrors geht weiter. Gruseln darf wieder Spaß machen. Nachts, wenn die Toten wieder aus ihren Gräbern kommen, erleben sie die Rückkehr der reitenden Leichen. Diesmal ist keiner mehr sicher vor ihrer tödlichen Rache. Aber auch sie nicht. Der Schrecken und die Angst, die sie in dem Filmerfolg die Nacht der reitenden Leichen erlebt haben, werden auf einen neuen Höhepunkt getrieben. Hilf mir! Die Rückkehr der reitenden Leichen. Die Rückkehr der reitenden Leichen. Mit Tony Kendall und Fernando Sancho ist der große Spaß des Jahres. In diesem Film dürfen sie nicht alleine gehen. Bringen sie mindestens einen Gruselpartner zum Festhalten mit. Die reitenden Leichen werden demnächst dieses Theater zum Gruselkabinett machen. Die Rückkehr der reitenden Leichen. Die Rückkehr der reitenden Leichen. Sei fit, frei mit. Nein, 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 nein Vielen Dank.